Hallo, willkommen bei Janne spielt. Ich spiele Soma. Bin ja immer noch in der Tauchstation, aber hier komme ich so nicht weiter. Irgendwas muss ich übersehen haben. Also gehe ich noch mal hoch und schaue mich noch mal um. Irgendwas muss es gewesen sein. Da waren ja nur Räume. Der einzige, wo man irgendwas machen konnte, war hier. Wollen wir mal schauen. Viehbräuche Okay. Ah, okay, das war einfach. Dann kann ich ja jetzt vielleicht doch in die Infirmary, die vorher ja zu war. Und halt, wir sind da drüben jetzt auch offen. Genau. Das war ja auch abgeschlossen. Auslage. Tschö, tschönen, was? Das mache ich eigentlich nur aus Gewohnheit, sonst gefunden habe ich da glaube ich noch nie irgendwas in den Schränken. Das ist nichts. Ein paar Bildchen. Uninteressant. Da ist ein Tablet. Und die ganzen Erlebnisse. Ja. 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 Das hat ja nicht geklappt. Ach ne. Ja. 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 Was? Hallo, Mensch, oder? Mehr oder weniger? Ja. Mhm. Mhm. Ja. Was ist das? Ja. 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 Och Myn. Ja. 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 Danium. Soatti? chewing Ich habe die Möglichkeit, die Stimme zu arbeiten. Und ich habe sicher nicht Zeit, um die nächsten Sentee zu warten, um die nächste Sache zu warten. Bitte. Bitte. Kann ich dir was, was ich für dich etwas tun? Du kannst mich töten. Oh Gott, so ist es nicht selbst? Kannst du aber selbst auf das Knöpfchen drücken? Wenn ich wusste, dass du kommen würdest, würde ich dieses Ort ein bisschen schlafen. Würdest du mit mir bleiben? Es wird nicht lange dauern. Bitte bleiben. Na klar. Die Axt ist aber klein. Also ich tue das jetzt da rein. Dann schick sie den Taucher. So, haben wir hier noch irgendwas interessantes? Wann weiß ich ja schon. Fotos. Stell ich Dateien wieder her. Jetzt nur um generelles Leute am Leben zu erhalten, ohne Nahrung und so. Das ist der Plan. Nein, ich wollte mir das Foto ankommen. Na gut, dann gehe ich jetzt zurück zum Taucher. Ist hier noch irgendwas? Außer schmutzigem Geschirr. Und probiere das mit der Fracht nochmal. Okay, ich will nicht schmieden. Ach, boah. Mal wieder aufzuziehen. Einmal Fracht. Das hat die Fracht. Und jetzt wedel ich wieder. Und jetzt wedel ich wieder. Hm. Haben wir jetzt geflutet. Stimmt. Kann ich nichts mehr machen? Kann ich nichts mehr machen? Ist jetzt hier eingesperrt? Ich hab sie eingesperrt. Ja, supi. Diese blöde Luke auf. Ich kann hier aber auch gar nichts machen. Ich kann hier aber auch gar nichts machen. Hm. Okay. Okay. Das füllt sich. Hm. Die abnehmen auch noch. Das ging jetzt schnell. Yes. Und jetzt bin ich wieder draußen. Gleich jedenfalls. Was soll ich jetzt tun? Soll ich bei der ARC bleiben? Hm. Weg mit dem Zeug. Spiel hier durch. Immer noch nicht. Aber jetzt hat. Ah. Geh nicht ohne mich. Warte. Lass uns zusammen bleiben. Mann. Was soll ich denn da durchkommen? Ja. Das ist gut. Ich kann hier nichts machen. Ja. Da kann was. Soll ich den ganzen Schrott hier wegräumen? Nein. Da hat's jemanden zerrissen. Nein. Da hat's jemanden zerrissen. Ja. Ja. In der Turt. Das ist ja nicht. Ja. 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 Da hätten sie glaube ich lange gewartet. Jetzt den ganzen Schrott hier wegräumen. Ich kann nicht den ganzen Schrott wegräumen, ich kann ihm gar nicht alles anfassen hier. Strange. Es ist nichts mehr, was ich irgendwie ankrabbeln kann. Möchte ich da oben festhalten. Also wenn ich jetzt nicht, ich komme hier, komme ich nicht weiter, irgendwie. Keinen Plan. Muss es irgendwo noch was geben. Vielleicht habe ich was übersehen. Das ist ein Loch, aber da werde ich nicht durch, oder? Ein Loch, ein Loch. Ein Tunnel, meine ich. Wo bin ich jetzt und wo ist... Wo ist die Ark? Hier hat sich die Wau auch schon ausgebreitet. Die ist ja überall. Zumindest macht es auch ein bisschen Licht. Das ist nicht so. Also hier ist alles schief gegangen. Alpha ist hier irgendwie. Das war jetzt aber kurz von Tau zu Alpha. Relativ kaputt hier. So, hoch. Jetzt nach unten. Gehe ich doch erstmal hier rein. Aber hier ist nichts. Dann gehe ich mal runter. Überall Wasser. Überall Wasser. Und natürlich funktionieren dann die Maschinen auch nicht. Und ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass hier noch irgendwas funktioniert. Aus dem Weg kommen wir jetzt dann hier hin. Und nirgendwo. Okay. Dann weiter durch die Türen. Nichts. Oh, hier blinkt und blitzt sogar noch. Das heißt, die Computer gehen noch. Oho. Das ist ein fester Computer. So einen will ich auch. Da hinten noch irgendwas. Geht's nicht weiter. Kein Platz, Dings. Level 7. Und schon, die Türen hier. So close. Just tell me what you want. I need you to stay in the world. What? How? The enslaved protein slushing around your suit is the news from which the WoW will hang itself. What are you talking about? As soon as I came to the monochrome, I tried to tell them to make the toxin that would wipe the WoW with her. But they didn't understand. They put it inside my cabinet and it was so infuriating. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the misery we created. And the girl, she figured it out. She was going to take care of it, but the WoW shrieked. The two times she was going to take care of it. The two times she was going to take care of it. The two times she was going to take care of it. The two times she was going to take care of it. You took the gel from the cabinet and beat yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW all together? You are the snake, Simon. Now strike at heart. I should die WoW töten? Was für mich jetzt nach einer guten Idee klingt. Dann ist das ganze eklige Zeug hier weg. Und ich kann die Ark starten. Die Menschheit retten. Wieso hast du das machen? Vielleicht glückt er. Was für mich mehr gibt es hier sonst nichts zu tun, glaube ich. Gehen jetzt nicht weiter? Sackgasse. Okay. Ich mache einfach mal, was er mir sagt. Na schon. Rein damit. Ist zwar eklig, aber... Hm, sagst du. Oh, hat er jetzt meine Hand gegessen? Eww. Eww. Nicht schön. Was war das? Ein Seewurm oder war das auch die Wow? Das sieht nicht gut aus. Vielleicht war es doch keine gute Idee den Arm da reinzustecken. Hier ist eine Tür, vielleicht gehe ich da mal hin. Lass mich hier raus. Irgendwas stimmt hier nicht. Lass mich raus, lass mich raus. Ich will hier raus. Okay, zumachen kann ich da nicht. Ich zieh weg. Lauf Simon. Lauf Simon. Lauf mir nix. Nichts. Lauf. 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 OH pag Ich lebe noch. Okay. AU. Lauf. Lauf Mal schnell da hin. Also, wie schnell ich kann. Ist es nicht sehr schnell. Rumpel, was immer du tust. Hab's doch nicht so gemeint. Wie kann ich nicht rein? Hier ist zu. Verdammt, oder? Lass mich schreien. Lass mich schreien. Lass mich schreien. Geh zu. Hier rein kannst du bestimmt nicht. Hoffe ich. Und hier scheint es auch mit dem Wasserdruck zu funktionieren. Kein Plan, wo ich jetzt bin. Das muss ich gut sein, richtig? Ich hoffe, das Ark hat es hier in einem Stück. Das werde ich rausfinden, allerdings erst beim nächsten Mal, denn hier ist jetzt erstmal Schluss. Also bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.